Willkommen zurück zu meinen Let's Play oder keine Ahnung was ihr das nennt. Ja, ähm, letztes Video war sieben Minuten lang, hat genau gepasst und ja, ich werde zweiter spielen jetzt hier, wo ich aufgehört habe und ja, wie ihr seht, habe ich hier zwei kleine Endgegner, die mich kaum... die mich nicht sehen, ich stehe zwei Meter entfernt, die sehen mich nicht, kaum verbackt. Haha. Ah, ich könnte ein bisschen lecken, weil ich nebenbei noch rendere und ja, weil ich das andere Video fertig haben will. Oh, der kriegt einen Headshot Und ja Oh, nein, das war dumm Das war dumm Bei mir Wie komme ich da hoch? Nein, ich bin tot Das ist nicht schlau Nein Ich will nicht sterben Ey Ey Oh, Mann, ey Hä, ich bin auch so Dem Ey Ich bin doch schon wieder gleich tot Aber ich hab doch noch Ah, ich komm Ah Was soll ich denn da machen, ey Oh, Mann, ey Oh, Mann, ey ich halte mal kurz meine schnauze ich weiß nicht wie ich das jetzt schaffen soll die da oben schießen mich ab warte ich kann doch hoch schießen jawohl nein ich kann nämlich wieder mit aufschlagen töten ganz schnell töten hier die scheiße dass ich seine waffen kriege und wieder arm auslaufen kann jawohl was ich kann da nicht mitspringen ist sie schwer ist sie schwer kriegt ja gleich leipzig bruch ihr seid alle tot ich wollte schon wieder gerade mother fucker sagen ich lass es aber lieber aaaaaaah fühlt sich das gut an was wenn ich dahin warte dafür muss ich jetzt erstmal testen jawohl ich hab da hinten einen angebracht dass ich gar nicht wollte cool naja die hat sich die stelle ich glaube ich bin jetzt da gekommen da angekommen wo mein kumpel gesagt hat denkt oder der gegner ist kaum schaffbar hat er glaube zu mir gesagt soll aufpassen dass ich mich ausraste ist das jetzt so weit ne das kommt erst nicht im nächsten fahrt egal werde ich ich weiß nicht wie viel fahrt sich dafür brauche man geht mir nicht auf den sack muskelpaket man denkt der werber ist er aber nicht jetzt bin ich gleich da glaube ich nachdem die gehen dann gedrückt halten man was kraft was habe ich daran nicht na gut ich werde jetzt immer aufhören ich werde morgen weiterspielen also auf wiedersehen ciao